Ein innerer Monolog. Tagtraum. Es ist kalt. Ich sitze an der Bahn und denke an das, was einmal war und was vielleicht noch vor mir liegt. Mein Unterbewusstsein lacht. Wie könntest du denken, deine Zukunft wird schön? Du denkst doch eh nur negativ. Ich steige in die Bahn ein. Sie ist leer. Ich setze mich hin und schaue in die dunkle Nacht hinaus. Dicke Tropfen durchziehen das Fenster. Ich verfalle in einen Traum. Das Licht flackert und mir ist kalt. So kalt, dass ich wie eingefroren dort sitze. Immer noch bin ich alleine in dieser Bahn. Plötzlich höre ich ein kleines Mädchen, was lacht und hüpfend im Kleid an mir vorbeihüpft. Mir fällt ihre Schleife im Haar auf, doch bewegen kann ich mich nicht. Ein Mann mit nebligem Gesicht läuft hinter ihr her. Stille. Mein Magen zieht sich zusammen. Der Mann, der mir eben noch unbekannt vorkam, geht an mir grinsend vorbei. Mir ist schlecht und ich will aufwachen. Doch es gelingt mir nicht. Dann sehe ich die Schleife in seiner Hand und erkenne sie. Es ist meine. Plötzlich holt mich ein Ruck wieder ins hier und jetzt. Ich steige aus. Ich mache mir Vorwürfe, warum ich nichts getan habe. Doch wie immer bleibe ich gelähmt und erfroren. Denn es war wieder dieser Traum. Und niemand versteht es. Mein Unterbewusstsein grinst mich an und geht davon. Im kalten Wind höre ich es nur noch sagen. Siehst du? Ändern kannst du eh nichts. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020